Ja hallo, ich habe gerade in Flashpoint Campaigns ein sehr interessantes und schönes Spiel mit Butterblümchen am Laufen und da gab es eine Situation, wo er mit so einem Mi-24 in eine Kolonne von mir reingeflogen ist. Ist ziemlich böse für mich ausgegangen, war auch bei schlechtem Wetter, aber bei schlechtem Wetter, da wäre hier überhaupt nichts passiert. Auch das Ergebnis ist jetzt relativ unbefriedigend, die haben nicht ein Fahrzeug von mir abgeschossen, mag wahrscheinlich an der KI liegen. Naja, ich hatte trotzdem ein bisschen im Kopf gehen und viel Spaß beim Nachstellen der Situation. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Ich habe auch viel Spaß, ich habe auch viel Spaß gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020